Servus Leute und herzlich willkommen heute zu den neuen One Piece Spoilern zu Kapitel 2010. Und zwar Big Mom ist weiterhin am fallen und es sieht so aus als wäre Ruffy wohl mittlerweile besiegt worden. Kaido attackiert Zorro um Prometheus zu befreien, so damit dieser zu Big Mom fliegen kann und sie retten kann und dabei frägt er sie irgendwas. Das hört sich irgendwie so danach an als wäre diese Frage doch noch relativ wichtig. Zorro sagt dann Okay, das ist jetzt mein Limit. Wenn diese letzte Attacke nicht funktioniert, dann überlasse ich den Rest euch. Und Zorro greift Kaido direkt mit seiner Aschura Form an. Ich kennt ja noch diese Form mit diesen mehreren Köpfen und Schwertern, so wie er damals Eki in Water 7 besiegt hat. Nur mit dem Unterschied, dass er dieses Mal wohl Königshaki verwendet. Und Kaido ist natürlich schockiert, dass auch ein Zorro Königshaki beherrscht. Und wir haben es ja schon lange 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 gedacht und endlich ist es zum Glück bestätigt, dass eben Ruffy nicht der einzigste Königshaki Nutzer in der Bande ist. Ist jetzt halt die Frage, wenn Ruffy es schon kann, Zorro es schon kann, ob auch Sanji es kann oder es noch lernen wird, denn immerhin bilden diese 3 ja das Monster Trio. Und natürlich bleibt dann auch in irgendeiner Form auch noch Jinbei, den viele ja als stärker ansehen als zum Beispiel einen Sanji. Ruffy kommt wieder zu sich und sagt, ok als du mich geschlagen hast, da ist es mir aufgefallen. Und er meint wohl damit, dass Kaido ihn eben geschlagen hat mit einem Königshaki Angriff. Ruffy greift daraufhin Kaido an, vermutlich ebenfalls mit einem Königshaki Angriff. Denn endlich hat Ruffy wohl gelernt, dass er Königshaki nicht nur so einsetzen kann, dass alle umfallen, sondern er kann seine Attacken mit Königshaki verstärken. Das gibt es hier auch als kleines Bild, was wieder mal der koreanische Leaker gezeichnet hat. So in etwa dürfte es dann im Kapitel aussehen. Und das waren aber auch schon die Spoiler zu Kapitel 1010. Nächste Woche kriegen wir leider eine Pause, das heißt wir sehen erstmal nicht unbedingt wie es mit Zorro weitergeht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass seine Königshaki Attacke etwas bei Kaido bewirkt, denn das wäre extrem genial. Ich hoffe auf jeden Fall diese kleinen Spoiler haben euch gefallen. Wenn ja, schreibt mir mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben das sowie einen kleinen Klick auf den Abo-Button. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao.